Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 32. Episode hier bei uns auf unserem New Ubiador SMP Server. Wie ihr sicherlich schon an meiner Stimme hört, bin ich momentan gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Die Erkältungswelle hat nun auch mich getroffen und deshalb bitte ich heute einfach mal darum, meine etwas angeschlagene Stimme zu ignorieren. Ansonsten haben wir dieser Episode viele Kleinigkeiten vor, denn beim letzten Server-Meeting haben wir besprochen, dass wir unfertige Projekte jetzt gerne in der nächsten Zeit fertigstellen wollen und ich habe mich hier in diesem Fall für die Farm gemeldet. Seit dem letzten Mal hat sich hier in der Farm nicht wirklich viel getan und somit würde sich auch hier kein Update-Video lohnen. Ihr seht, dass immer noch der Boden nicht komplett mit schwarzem Glas gefüllt ist und das ist eine der Aufgaben, die wir auf jeden Fall an uns nehmen müssen und diese zu Ende stellen, denn dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen ganz anderen Look, wenn die komplette untere Fläche ausgefüllt ist. Grob geschätzt würde ich sagen, dass wir jetzt ungefähr ein Drittel noch vor uns haben und der Stand ist seit dem letzten Mal ziemlich genau so, wie wir es beim letzten Mal zurückgelassen haben und deshalb heißt es auf jeden Fall hier für uns, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Ansonsten hat sich hier wie gesagt nicht viel getan, die Iron Golem Farms wurden ein wenig fortgesetzt, ich glaube Villager sind hier noch nicht drin und zwei der Zellen sind auch hier noch nicht komplett zu Ende gebaut. Eventuell werde ich versuchen, diese beiden fertigzustellen, die Villager reintun werde ich persönlich jedoch nicht. Fraglich ist auch, ob wir jemals den dritten Ring hinzufügen werden, denn die Anzahl an Iron Golem Farms, die wir jetzt am Laufen haben, reicht bisher von der Eisenproduktion auf jeden Fall auch aus, sodass wir hier eventuell jetzt nicht noch den dritten Ring hinzufügen müssen, sondern erstmal den zweiten hier fertigstellen und so würde das optisch auf jeden Fall auch gut aussehen. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun, ich habe mich dafür stark gemacht, hier einmal die ganzen Ringe zu entfernen, denn diese Ringe brauchen wir nicht mehr. Die meisten Farms sind gebaut, wenn man jetzt nochmal irgendwo hin will, kann man da theoretisch hinlaufen und deshalb werden wir jetzt in dieser Folge hier einmal die Ringe entfernen, aber trotz allem brauche ich dazu ein wenig eure Hilfe. Denn folgendes Problem steht an, natürlich wollen wir mal wieder zum äußeren Ring laufen ab und zu und deshalb haben wir gesagt, dass wir vier Wege übrig lassen wollen, aber ihr könnt jetzt ungefähr schon mal das Problem erahnen und zwar führen 1, 2 dieser vier Wege nicht direkt zum Rand, sondern laufen durch eine Farm hindurch und das ist natürlich nicht wirklich optimal. Deshalb würde ich gerne eure Kreativität nutzen und zwar für Vorschläge, wie wir vier Wege bzw. drei Wege, der eine Weg führt ihr hier vorne durchs Lagerhaus bauen können, sodass wir einfach an den Rand gelangen können, ohne dass wir hier jetzt irgendwie einen Weg durch die Farm bauen sollen. Ganz wichtig ist, wenn ihr dafür eine Idee habt, dass das Ganze in einem industriellen Look wie auch die restliche Farm gestaltet werden soll und dann auch noch am besten eine kleine Umrandung hat, sodass der Spieler jetzt an sich in Zukunft nicht mehr so leicht darunter fallen kann. Wir hüpfen jetzt aber hier erst einmal darunter und schauen, wie wir uns das am besten machen können und dann werde ich jetzt gleich hier mal den Kamera-Account aufsetzen, mir meine vier Beacons hierher holen, die komischerweise, obwohl die alle hier von mir waren, geklaut wurden und dann werde ich diese alle mit Haste 2 versetzen und dann sollten wir die Möglichkeit haben, hier unsere Ringe einmal abzubauen und somit dann eine neue optische Verschönerung auf jeden Fall hier zu haben und dann eventuell in der nächsten Folge nach euren Vorschlägen noch die nötigen Gangways anzubringen. Ich besorge mir jetzt die Sachen und dann geht es gleich los. Bis zum nächsten Mal. Eine Stunde und 40 Minuten sind jetzt vergangen und alle Ringe wurden entfernt. Dabei ist mir gerade jetzt nochmal beim Abbau aufgefallen, dass wir doch in der Tat vier Wege haben, die nach außen gehen und diese sind immer noch symmetrisch. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt diagonal jeweils den schrägen Weg nach außen gehen würden, hätten wir jeweils eine direkte Verbindung zum Rand und deshalb habe ich diese auch gelassen. Ich denke, wir können die später nutzen, um hier die Wege zu bauen. Trotz allem wäre es super nett von euch, wenn ihr hier oder da mal den ein oder anderen Designvorschlag habt, wie ihr die Wege hier gestalten würdet. Wichtig wäre, dass die maximal nur noch einen Block nach hier und einen Block nach hier gehen, also nicht zu breit sind. Und ansonsten soll die möglichst leicht wirken, sodass diese jetzt neu geschaffene, schöne, freie Sicht nicht direkt wieder von den Wegen zerstört wird. Ansonsten konnte man zum Schluss noch ungefähr erahnen, dass ich überall hier am Rand die Lichter entfernt habe und diese durch Half Slabs entfernt habe. Meiner Meinung nach sieht das optisch einfach besser und cleaner aus und da wir sowieso sehr, sehr selten am Rand sind, sollten auch die Half Slabs eigentlich ausreichend sein, um zu verhindern, dass dann Mobs spawnen und somit sieht das optisch besser aus, da wir nicht jetzt hier ringsherum verschiedene Lichtlevel haben. Ansonsten habe ich alle Fackeln, die hier rumgeflogen sind, noch einmal an die Seite gepackt. Das sollte von der Helligkeit jetzt auf jeden Fall auch ausreichend sein und meiner Meinung nach sieht es jetzt hier deutlich, deutlich besser aus als vorher. Man kann vor allem, wenn man nachher weiter oben ist, alles sehr, sehr gut sehen. Es sieht super cool aus, dass man jetzt diesen riesen Perimeter bzw. das riesen Loch hat. So wirkt das einfach nochmal deutlich imposanter, als es das vorher getan hat und natürlich möchte ich euch den Blick von oben nicht verwehren. Wir sollten jetzt gleich angekommen sein und wenn wir jetzt mal von oben nach unten schauen, sieht das auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als vorher aus. Wenn die Wege jetzt noch hinzukommen und dann überall noch das Glas gesetzt wird, sollten wir auf jeden Fall ein ganz schönes Stück Arbeit geschafft haben. Morgen habe ich ein Date mit Jakabok, also einem der neuen Member. Wir werden versuchen, hier dieses letzte Glasstück zusammen fertig zu kriegen. Ich denke mal, dass das auch nochmal ungefähr drei bis vier Stunden dauern wird, aber der Erfolg sollte dann auf jeden Fall sichtbar sein. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt, zu dieser Folge, so wie ich das auch vorhin schon angesprochen habe. Wir haben diese Folge, wie gesagt, viele Kleinigkeiten zu tun und zwar gehen wir jetzt zum City District und besprechen dort einmal eure Ideen, die ihr mir so geschrieben habt. Und dann werden wir uns einmal den passenden Platz aussuchen, den Bau werden wir dieses Mal aber noch nicht beginnen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt aber, wie gesagt, einmal beim modernen City District wieder. Bevor wir jetzt uns gleich einmal euren Vorschlägen und dem Bau zu unserem Hochhaus zuwenden, bin ich auf dem Weg noch einmal bei unserer Charge Creeper Farm vorbeigekommen. Und hier hat sich einiges getan und das ist nicht wirklich lustig meiner Meinung nach, denn diese Farm wurde natürlich auch von anderen Spielern benutzt. Dagegen habe ich absolut überhaupt nichts, das sollen die machen, wie die lustig sind. Wichtig wäre es mir nur, dass die Farm bitte wieder in den Zustand zurückgesetzt wird, wie sie auch vorgefunden wurden. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Als wir sie das letzte Mal benutzt haben, haben wir wieder alle Löcher aufgefüllt, sodass man theoretisch hier wieder die maximale Möglichkeit hat, einen Charge Creeper zu erlangen. Und genau das hier ist nicht passiert. Einige der Löcher, wie auch bei uns das schon mal passiert ist, sind hier in die Luft geflogen. Das wurde nicht repariert. Ganz viele Löcher sind hier vorne anscheinend mit Charge Creeper benutzt worden, sind nicht wieder aufgefüllt worden. Das gleiche gilt auch hier für die vordere Seite. Hier sind anscheinend irgendwelche Blöcke mal kaputt gegangen. Auch diese wurden nicht ausgetauscht. Hier vorne ist das nächste Loch. Hier sind keine Charge Creeper. Hier vorne ist kein Schalter. Und das Ganze erstreckt sich hier über die komplette Fläche, sodass wir ungefähr ein Viertel, ein Fünftel aller Charge Creeper hier in dieser Farm momentan nicht produzieren können. Und ich persönlich sehe es nicht ein, dass wenn die Farm von anderen Spielern hier auf dem Server genutzt wird, sehe ich es nicht ein, dass diese die auch nicht wieder auffüllen sollten. Das ist nicht meine Aufgabe, meine eigene Farm hier immer wieder in Stand zu halten. Das sollen dann doch auch bitte diejenigen Leute tun, die diese Farm benutzt und in diesem Fall jetzt auch zerstört haben. Das Ganze habe ich jetzt auch nochmal in unserem New Reador Discord Chat versucht klarzumachen. Und dementsprechend habe ich jetzt die Farm erstmal für alle Spieler geschlossen. Und damit die Leute wissen, was hier abgeht, habe ich nochmal hingeschrieben, dass auf jeden Fall explodierende Zellen, kaputte Zellen auf jeden Fall repariert werden sollen. Und natürlich auch die Spots mit Charge Creepern wieder befüllt werden sollen. Kosten wird die Leute das auch überhaupt nichts, denn da hinten sind noch weit über 200 Namensschilder mit der jeweiligen Benennung. Deswegen sollte das kein Problem sein. Außerdem habe ich jetzt gesagt, dass es, wenn man diese Farm benutzt, für einen Charge Creeper mindestens 16 Diamanten kosten wird, diesen zu farmen. Das Ganze ist einfach nur dazu da, dass die Leute hier wirklich bewusst sind, was sie sich machen. Und natürlich ein weiteres, ja ein weiterer Punkt, der dazu gehört, ist halt die Farm auf jeden Fall wieder aufzufüllen. Und ich hoffe, dass das soweit funktioniert. Ansonsten ist die Farm jetzt erstmal auf ungewisse Zeit geschlossen, bis sich derjenige oder diejenigen, ich weiß nicht, wer das hier benutzt hat, sich gemeldet haben, die Farm repariert haben, die Löcher aufgefüllt haben, weil es kann, wie gesagt, nicht wirklich abgehen, dass hier alles kaputt gemacht wird und die Farm genutzt wird, ohne sie wieder aufzufüllen. Naja, ihr seht, auf dem Server läuft auch nicht immer alles rund. Wenn man so eine große Farm hat, hat man scheinbar auch Verantwortung. Und ja, wenn die jetzt jemand benutzen will, muss er mir eine Nachricht schreiben, außer die wird wieder von den Leuten instand gesetzt. Ich persönlich werde sie nicht wieder instand setzen. Ich würde sagen, jetzt gucken wir aber, was eure Vorschläge waren und welches Hochhaus wir nachher bauen wollen. Bevor wir jetzt in Minecraft weitermachen, habe ich mir gedacht, schauen wir uns erstmal die möglichen Hochhausoptionen, die ihr mir netterweise eingeschickt habt, einmal vorher hier auf Google Earth an. Das Ganze kann man ganz, ganz schön mit der 3D-Ansicht machen. Und ich habe mir jetzt mal vier Kandidaten rausgesucht, von denen ihr nachher, indem ihr oben rechts auf das i klicken könnt, einen auswählen könnt, die ich nachher bauen soll. Und diese wollen wir uns hier einmal anschauen. Zuallererst starten wir hier einmal mit dem Empire State Building. Und wenn wir jetzt hier auf Suche klicken, kriegen wir auch direkt hier eine schöne Transformation hin, wie das Ganze aussieht. Und jetzt können wir uns hier einmal ein wenig rumbewegen. Und ich versuche euch zu erklären, warum ich gerade jetzt hier dieses Hochhaus ausgewählt habe. Man kann das jetzt hier schon einigermaßen gut sehen, würde ich sagen. Und wir sehen, dass dieses Hochhaus, das Empire State Building, im Upper Part of Manhattan steht. Und bei diesem Hochhaus war ich selber schon drauf, während meiner New York Rundreise. Und deshalb war es das Gebäude, was ich persönlich auch vorgeschlagen hatte, letzte Episode zu bauen. Und mir gefällt das optisch sehr, sehr gut. Es hat halt diesen alten Look. Das ist eines der älteren höchsten Gebäude der Welt. Also früher war es das mal. Und ist auch in dem älteren Stadtteil von New York damit angesiedelt. Und wir sehen optisch, dass es einen sehr, sehr interessanten Baustil hat. Es wirkt nicht gerade modern. Das ist eines der ersten Häuser, die die Stahlträgerkonstruktion verwendet haben. Und das Ganze sieht so aus, als wenn es mehrere Häuser in einem sind. Und dann ergibt sich aus dem einen Dach und aus dem anderen Dach immer wieder eine höhere Ebene. Optisch gefällt mir das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich denke, das wird auch sehr, sehr gut in Minecraft nachzubauen sein. Natürlich werden wir die Größe, wie man die jetzt hier zum Beispiel unten beim Sockel sehen kann, theoretisch glaube ich nicht nachbauen können. Dazu wird das Ganze zu groß. Aber eventuell können wir das Gebäude so bauen, dass wir es im Stil halten. Und dann das Ganze dementsprechend mit Sandstein machen werden. Wenn ihr euch für das Gebäude entscheidet, wenn ich das Gebäude bauen sollen würde, werden wir uns das in der nächsten Episode nochmal deutlich detaillierter anschauen. Ich habe von mir privat selber noch einige Fotoaufnahmen von dem Gebäude. Und dementsprechend können wir uns auch nochmal hier detaillierter anschauen, wie das Ganze aussieht. Das zweite Gebäude, was ihr vorgeschlagen habt, war einmal das Chrysler Building. Auf diesem und in diesem Gebäude war ich auch auf meiner USA-Rundreise schon. Und dieses zählt auch zu den älteren Gebäuden hier in New York und ist dementsprechend auch im älteren Stadtteil. Das Ganze ist von der Größe etwas kleiner, meine ich, als das Empire State Building. Ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Das ist jetzt nur hier mein grobes Amateurwissen. Aber vom Aufbau her ist das sehr, sehr ähnlich. Wir haben unten eine relativ große, breite Basis, würde ich sagen. Und diese Basis ergibt dann immer wieder neue Bereiche, aus denen dann das Hochhaus rauswächst. Das ändert sich dann hier ungefähr ab der Mitte. Und hier wird dann ein gerader Block nach oben. Und nach oben hin wird es dann mit Kupfer abgerundeten Dächern zusammengefasst. Und sieht optisch, wenn man sich das jetzt hier mal näher anschaut, ich weiß, die Auflösung ist nicht so gut, aber auch davon hätte ich notfalls nochmal private Fotos vom eigenen Urlaub, sieht es auch sehr, sehr interessant aus. Es hat nicht diese klassische Aussichtsplattform, wie wir die beim Empire State Building haben. Aber dafür sieht das optisch auf jeden Fall auch gut aus. Hier und da könnte man Terrassen anbauen. Und ich denke, von der Art und Weise, wie das aufgebaut ist, könnten wir das auf jeden Fall auch in Minecraft nachbauen. Das wäre, wie gesagt, die zweite Alternative. Und die dritte Alternative, die ihr mir genannt habt, ist nicht aus New York, sondern aus London. Und bei diesem Gebäude war ich tatsächlich noch nicht. Denn als ich zu dem Zeitpunkt in London war, war das Gebäude noch nicht fertiggestellt. Und dementsprechend konnte ich mir das dort noch nicht anschauen. Und deswegen machen wir das jetzt einmal zusammen. Einige aus meiner Familie waren in letzter Zeit da. Die haben gesagt, das war wirklich sehr, sehr imposant. Auch die Aussicht von dem Gebäude hier auf die Temse und auf die anderen Gebäude, die dort in der Nähe sind, soll auf jeden Fall auch sehr, sehr cool gewesen sein. Und ihr seht, das wäre ein Gebäude, was in Minecraft auf jeden Fall auch auf kleinem Raum etwas schwerer nachzubauen wäre. Denn es ist eine sehr, sehr, sehr spitze Form. Das heißt, es verjüngt sich immer weiter streng nach oben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer im Spiel nachzubauen. Ansonsten sieht das optisch natürlich super, super cool aus. Das wäre halt die dritte Möglichkeit. Meine Präferenz läge so, dass ich als allererstes das Empire State Building bauen würde. Dann eventuell das Chrysler Building und dann The Shard. Aber ihr könnt mich da gerne eines anderen überzeugen. Wie gesagt, oben in der Ecke findet ihr einmal das I. Dort werden alle drei Hochhäuser aufgezählt sein. Und dann könnt ihr einmal dafür wohnen. Und das Gebäude mit den meisten Stimmen wird meine grobe Vorlage sein. Und dann werden wir in der nächsten Folge das alles nochmal ein wenig detaillierter besprechen. Ansonsten kam auch noch relativ viel das Burj Khalifa, also das höchste Gebäude der Welt. Und auch da war ich schon drauf während meines Dubai Urlaubs. Und auch davon habe ich Fotos. Aber auf dieses Gebäude habe ich keine Lust, das nachzubauen. Da das im Grunde genommen nur aus konkaven Formen, also aus zusammengesetzten Halbkreisen besteht und dann sich auch Stück für Stück hier aufbaut. Und das ist wie gesagt ein Gebäude, was ich jetzt nicht in meine engere Auswahl genommen habe, obwohl ihr das relativ viel genannt habt. Wie gesagt, geht jetzt einmal nach oben, wählt das Gebäude mit ihr aus. Wir sehen uns jetzt auf dem Server wieder und suchen uns erstmal im Allgemeinen einen Platz für das Hochhaus, egal wie das nachher aussehen wird. Und ich bin echt gespannt, welches Gebäude ihr da wählt. Solltet ihr abstimmen, seid bitte so nett und schreibt mir in die Kommentare, warum ihr dieses Gebäude nehmt. Denn dann kann ich nachvollziehen und verstehen, warum ihr das gemacht habt. Und eventuell habt ihr auch schon den einen oder anderen Blogvorschlag, welchen wir hauptsächlich für das Design nehmen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, bei welchem Hochhaus ihr schon überhaupt bisher so drauf wart. Ich bin jetzt beim New Weardour City District angekommen und ihr seht, ich befinde mich jetzt hier im Keller, wo wir auch eine große Karte haben. Und ich möchte euch einmal hier kurz das Problem veranschaulichen, vor dem wir stehen. Der Bereich hier vorne, diese große Halbinsel würde ich sagen, ist jetzt einmal der ganze Bereich, wo wir nachher unser Hochhaus bauen können. Und ganz besonders interessant ist natürlich der Bereich hier in diesen Straßenschluchten. Hier vorne haben wir einmal das große Hochhaus von Chris, beziehungsweise vom Gewinner unseres Bauwettbewerbes. Und ihr seht, dass dieses Hochhaus ziemlich genau auf der größten freien Fläche steht. Hier vorne ist die Kami-Station und hier zwischen ist jetzt noch ein Wohnhaus gekommen. Und ansonsten seht ihr, dass die Flächen ungefähr immer gleich groß sind. Wenn wir uns das einmal genauer anschauen, wissen wir, dass die Lücke hier zwischen genau 21 Blöcke breit sind. Und genau das ist das Problem. Jeder Straßenzug hat eine Lücke von 21 Blöcken. In die Breite ist das, sagen wir mal, unbegrenzt. Und wenn man jetzt ein Hochhaus bauen würde, egal welches ihr der drei Hochhäuser jetzt auswählen würdet, würde das Problem sein, dass wir eine sehr, sehr schmale Barz in die eine Richtung haben. Und das Problem, was daraus resultiert, wäre, dass wenn man das Gebäude zu hoch baut, das Verhältnis zwischen Basis und Höhe zu schmal wirkt und dadurch das Gebäude irgendwie wie so ein Zahnstocher in der Landschaft aussieht. Das Ganze möchte ich natürlich nicht haben. Und deswegen möchte ich euch jetzt bei eurer Entscheidung, welches Hochhaus wir nachher bauen sollen, einmal im Hinterkopf zu bewahren, euch die Info geben, dass das hier, wie gesagt, einmal die Lücke von 21 Blöcken ist. Sagen wir mal, wir wollen das jetzt hier in diese Straßenlücke hier vorne reinbauen, dass wir eine schöne Aussicht hier haben. Dann haben wir hier einmal die Breite von 21 Blöcken. Das sollte jetzt so passen, dass jetzt noch 21 Blöcke da sind. Und wenn wir jetzt nochmal hier auf diese Seite 41 Blöcke dazutun, haben wir hier eine Breite von 42 Blöcken. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß nachher hier die Basis sein soll. Und ich habe mir nämlich vorgestellt, wie man das auch jetzt ungefähr schon erahnen kann, dass wir ein sehr, sehr schmales, aber dafür hohes Hochhaus bauen. Und das hier ist jetzt ungefähr die Breite, die wir uns wünschen. Und zwar von 21 mal 42 Blöcken. Ich hoffe, dass ihr euch entweder für die beiden Hochhäuser aus dem New Yorker Stadtteil entscheidet, denn diese haben einen sehr, sehr ähnlichen Baustil. Die Basis ist nicht direkt quadratisch, beziehungsweise hat nicht vier gleich lange Seiten, sondern meistens zwei lange und zwei kurze Seiten. Und dann richtet sich das Ganze wie so kleine Blöcke aufeinander aus. Und ich denke, wenn wir diese Basis mit 21 mal 42 Blöcken haben, haben wir auf jeden Fall eine gute Basis. Ich werde gleich hier mein Schild aufstellen, dann haben wir uns das Grundstück erstmal reserviert. Und dann können wir uns in der nächsten Folge überlegen, wie wir das Hochhaus hier bauen. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch Tipps, Ideen für das Hochhaus aufschreiben. Ich bin da wirklich für alles offen. Wenn ihr eine Idee habt, wie wir die Basis breiter machen können, ohne dass es zu doof aussieht, schreibt das mir gerne auch in die Kommentare. Und ansonsten bin ich gespannt, was ihr mir alles so als Tipps gebt. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Entschuldigung nochmal wegen der Erkältung. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag.